JFT, just fair and direct. Was da so an wichtigen Events kommt und für den heutigen Tag kommt die Zinsentscheidung am Abend, da werden wir gleich nochmal drauf gehen und nochmal darüber kurz philosophieren, was da denn am Ende wichtig sein sollte für diese Zinsentscheidung. Ganz kurz der Risikohinweis natürlich an dieser Stelle, legst euch diesen bitte durch, achte bitte grundsätzlich darauf, dass ihr natürlich mit Stops arbeitet, dass ihr die Positionsgröße entsprechend an euer Konto anpasst, dass ihr all das, was ich hier sage an Setups formuliere, gegebenenfalls vortradet, definitiv nicht als Handelsempfehlung wertet, sondern lediglich als kleine Informationsquelle zusätzlich zu eurem eigenen Trading, zu euren eigenen Analysen. Wenn da weitere Fragen zum Trading oder aber auch natürlich zum Broker JFT habt, dann wie gewohnt auf der Website von jfdbrokers.com, hier könnt ihr noch diverse Fragen zum Trading oder aber auch natürlich zum Broker beantwortet bekommen. So und dann switchen wir nochmal drauf auf den Adventskalender von JFT, der Link steht unterhalb des Videos, meldet euch an, wenn ihr das noch nicht getan habt, denn wir haben 24 Türchen, 24 Überraschungen und es ist hinter jedem Türchen nicht nur eine Überraschung, sondern sogar teilweise mehrere Überraschungen, die nicht nur für einen von euch interessant sind, sondern eben auch teilweise für alle von euch interessant sein können. Es gibt auch Verlosungen und es gibt am Ende eine Endverlosung zwischen allen, die hier teilnehmen und da ist unter anderem ein Kurs von mir, eine Teilnahme an meinem Level Up Your Trading Kurs inklusive im Wert von 1500 Euro. Da gibt es eben nicht nur einen Online Kurs, sondern natürlich auch Live Sessions. Da gibt es eben sehr, 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 sehr viel Input im Rahmen dieses Kurses von meiner Seite und da gibt es einen Zugang, völlig kostenfrei, ohne Hintertürchen, ohne alles. Einer von euch wird ausgelost und darf da am Ende mit dabei sein. Wir gehen auf den Webinare und die Wendenkalender drauf, denn auch heute gibt es natürlich neben den Streams, beziehungsweise so viele Streams gibt es ja gar nicht, Dax Long oder Short ist jetzt nur das Video, 9.30 Uhr kommt der Christian Kemmerer mit dem Divisenradar, das ist natürlich dann entsprechend ein Stream, das kennt ihr, der Andreas Bernstein dann mit dem Live Trading nur um 10, dann der wieder der Christian Kemmerer mit dem Divisenradar-Webinar, wo ihr dann eben natürlich über die Forex- und Rohstoffmärkte mit euch zusammen rüberfliegt. Der Livestream US Opening Bell entfällt für die komplette Handelswoche, das kennt ihr jetzt schon von den Videos von Montag und Dienstag und um 19.50 Uhr gibt es das Spezial-Event zur Verzinsentscheidung mit dem lieben Andreas Bernstein und auch hier wird höchstwahrscheinlich der Christian Kemmerer mit on air sein und die beiden werden mit euch diese Zinsentscheidung beleuchten. Da wird es dann die Informationen geben, was die da dann eben entsprechend gemacht haben. Die Erwartung, dass jetzt die Zinsen nach oben oder nach unten gehen, sind an der Null. Es wird fast zu 100% angenommen, dass quasi hier am Mittwoch, den 13.12.2023 bei der letzten Zinsentscheidung für dieses Jahr seitens der Fett die Zinsen unangetastet bleiben. Aber wichtig ist natürlich für den Abend, da schauen wir gleich nochmal drauf, das Statement, die Pressekonferenz und am Ende eben auch die Dotplots. Das ist das, was wichtig ist. Und genau das findet man natürlich nach hinten raus, auch im Wirtschaftszahlenkalender, das, was ich gerade schon erwähnt habe, zusätzlich vorher noch um 14.30 Uhr die PPIs. Natürlich auch in Abhängigkeit dessen, was gestern passiert ist mit den CPIs, was ich ja jetzt noch nicht weiß, je nachdem, ob die nun besser waren, schlechter waren, gleich geblieben sind. Zum Beispiel, ich will nur mal ein Beispiel nennen, gehen wir mal davon aus, was ich jetzt nicht weiß. Wie gesagt, wenn zum Beispiel gestern die Zahlen hier, 3,1 ist ja die Erwartung gewesen, 3,2 die Zahlen zuvor, gehen wir mal davon aus, hier kam jetzt vielleicht eine 3,1, eine 3,2, vielleicht eine 3,3. Also die Zahlen sind nicht nach unten gekommen, sondern vielleicht die Inflation doch wieder irgendwie ein wenig angeheizt. Das ist jetzt nicht so das Kernszenario, denn es ist nicht ganz unwahrscheinlich, auch unter anderem dessen, dass eben natürlich auch die Energiepreise wieder ein Stück weit nach unten gekommen sind etc. pp. Durchaus wahrscheinlich, dass es dann doch ein Stück weit weiter auch mit nach unten geht. Aber genau deswegen wäre natürlich der Überraschungseffekt auf der Aufwärtsseite entsprechend umso größer. Die Reaktion am Markt wird dann auch da gewesen sein. Und jetzt könnten diesbezüglich natürlich die Produzentenpreise, die quasi eigentlich so als Vorläufer für wiederum zukünftige CPIs gelten, die könnten der Sache natürlich am Ende wieder so ein bisschen Abbruch geben, wenn dann eben die CPIs vielleicht doch ein bisschen ansteigend sind. Die Produzentenpreise aber dann doch vielleicht wiederum merklicher zurückkommen. Könnte das Ganze von gestern gegebenenfalls relativiert werden. Ihr seht, das arbeitet irgendwo so ein wenig miteinander. Man müsste jetzt schon die Zahlen von gestern wissen, um jetzt vielleicht ein bisschen mehr dazu zu sagen. Aber da wisst ihr, 14.30 Uhr gilt es da mal drauf zu schauen. Und natürlich am Abend, wie eben schon erwähnt, die Fettzinsentscheidung. Hier achtet bitte drauf, wie die Dotplots ausfallen, wie entsprechend dann eben auch die Economic Projections an sich ausfallen, wie die Veränderungen sind zu dem September-Statement. Das hatten wir uns in den letzten Tagen des Öfteren mal angeschaut, in den Webinaren, aber eben auch im Livestream hatten wir da mal drauf geschaut. Letzte Trading-Wochenanalyse, also nicht die von jetzt am Sonntag, sondern eben der Woche zuvor. Da hatte ich dann die September-Economic Projections euch mal gezeigt. Und das muss man miteinander vergleichen, um dann eben auch das Ganze ins Verhältnis setzen zu können, um daraus wiederum dann jetzt auch vielleicht so ein bisschen für die nächsten Tage die Richtungen anzunehmen, beziehungsweise nicht nur für die nächsten Tage, sondern natürlich dann auch tendenziell ins nächste Jahr hinein, bis zur nächsten Zinsentscheidung. Die da wiederum, da können wir gleich mal drauf schauen, das habe ich jetzt nicht exakt im Kopf, die ist am 31. Januar. Wunderbarer Tag, der 31. Januar. Dort wird die nächste Zinsentscheidung sein. Und diese wird dann natürlich interessant sein. Und da könnte es bis dahin natürlich schon mal irgendwo so die ein oder andere Richtung geben. Wie wir es die letzten Tage dann eben auch besprochen haben, es wird bis dato jetzt hier schon ein anderer Prozentsatz bei diesen ganzen Balken stehen. Entsprechend wird es natürlich hier dann eben auch wichtig, was da eben am Abend herauskommt, wie sich das Ganze entwickelt, wie die Erwartungen jetzt dann eben sind nach dem Statement, nach den Economic Projections, nach den Dotplots für die Zinsen im kommenden Jahr. Und hier sei mal gesagt, es ist aktuell sehr viel schon mittlerweile davon eingepreist, dass die Zinsen wirklich nach unten kommen. Wenn wir mal vielleicht in diesem Video jetzt mal darauf eingehen und mal das Ganze für Ende kommenden Jahres, also 18. Dezember 2024, ist die letzte Zinsentscheidung ja quasi in einem Jahr. Und hier wird jetzt angenommen, wenn wir hier mal drauf schauen, schaut mal, es wird, und ich schaue ja immer so im Groben, wo so 50% zusammenkommen. Es ist zwar eng, aber wir kriegen fast 50% zusammen, dass wir wenigstens schon 100, also 1,25% tiefer stehen, wenn nicht sogar noch fast 1,5% und 4,1%, dass es so 1,75% tiefer steht, der Zinssatz zum Ende des kommenden Jahres als aktuell. Hier sind es allerdings eben auch noch 28% im Zinsniveau 4,25% bis 4,50%, also 1,0% tiefer, aber wir sehen, das wird für das kommende Jahr wirklich eine ganze Menge erwartet. Und in diesen Dot Plots muss man jetzt schauen, wie jeweils auch zum einen der Median ist, also der Mittelwert aller Erwartungen bis zum Ende des kommenden Jahres, das kann man ablesen, da steht dann eben das Jahr 2024 und da steht dann eben so ein Zinssatz, da kann man das dann ablesen, wie diese Dot Plots dann verteilt sind. Und hier wäre es dann wichtig, eben zu vergleichen, wie stehen die Fed Officials da mit ihren Gedanken im Vergleich zu den Werten hier. Und wenn dort starke Abweichungen kommen, nach oben oder nach unten, dann hat das am Ende eine Auswirkung auf den Markt. Und da muss man das ins Verhältnis setzen, ist die Fed eher horkischer, ist die Fed eher davischer und da wäre also eher mehr für noch doch ein bisschen länger Zinsen hoch oder eben vielleicht sogar, da wird noch ein bisschen mehr passieren, wobei ich davon erstmal definitiv, also nicht definitiv kann man nicht sagen, aber davon würde ich jetzt erstmal nicht ausgehen, die Gefahren, Schrägstrich auch für den Markt, dann eben die Möglichkeit, vielleicht doch mal einer Konsolidierung, stehen hier doch definitiv auf der Abwärtsseite. Da eben sehr, sehr viel von den Erwartungen, dass die Zinsen merklich zurückkommen im kommenden Jahr mittlerweile schon eingepreist ist. Durch diese auch teilweise rallyhaften Bewegungen in den letzten Tagen, in den letzten Wochen, der komplette November enorm nach oben gegangen, der Start gerade im DAX jetzt auch im Dezember enorm schon nach oben gegangen. Und je nachdem, was natürlich jetzt dann wiederum Montag und Dienstag schon passiert ist, ja, wenn das immer sich noch sehr, sehr stabil hält, stehen wir natürlich entsprechend auf einem hohen Niveau und da kann dann schon eben auch mal so ein Dämpfer kommen, ja. Also achtet da drauf, das ist für den heutigen Tag wichtig, Fettzinsentscheidung. Ich wünsche euch einen wunderbaren Handelstag, bis dahin euch nur das Beste, euer Markus Klebe. Bye, bye und ciao. Tschüss. JFT, just fair and direct.